Ich denke, wie ein Panzer, die Roxy, gell? Die bewegt sich nicht. Ich muss ja schon einige sagen, wie ich glitzern. So kann es so lieb sein, gell? Dann ist es so geistig. Zwei Gesichter. Ja. Montecor, lass sie spielen. Montecor. Zurück jetzt. Emi, geh zurück. Jetzt weg, lass dich nur. Montecor, passiert nichts. Er glaubt, es passiert was. Oh, jetzt zieh ich so, sie haben nicht. Wie sie sucht. Was, so, der jetzt hier spielen wollen, auf der einen Seite. Roxy, die andere Seite. Und der knurrt schon wieder im Hintergrund, nur weil ich rede. Na, wo ist es, Roxy? Such einmal. Nur aufpassen, dass sie haben nicht... Oh, nein, dass sie haben nicht erwischt. So, zwei, ich merke, dass sie haben... Dann nimm die andere Seite, komm. Montecor, geh weg, sonst spielst du auch nicht, du Blada. Komm her. Oder soll man die nehmen mit die, mit die... Montecor, ja. Emi, ja, Kanton. Zurück am Platz. Aber du Sohne, ist ja nicht der klare Schatz und nicht, ja. Na, die sechs Kilo der Zeit. Emi, sag einmal, die haltig nur. Geh am Platz jetzt. Geh am Platz. Geh am Platz. Da ist so ein Platz jetzt da. Da, geh am Platz. Emi, geh am Platz. Schlaf nicht ein dabei. Sag einmal. Na, such die Puppe. Oder den Ball. Roxy, oder dein Ball. Ah!